Mein Name ist Josef Gemmeri, ich bin Geschäftsführer von der Europe International. Wir sind in vier Ländern unterwegs, Österreich, Schweiz, Deutschland und USA. Und in der Vorbereitung für diese Präsentation hatten wir 40 Minuten geplant gehabt und die erste Überraschung für Sie, wir werden es in 20 Minuten machen. Wir holen die Zeit auf, ein paar Minuten Zeit, sich vorher noch zu erfrischen, bevor die Mittagspause kommt. 20 Minuten dürften reichen, um Ihnen ein Bild zu geben, vor welchen Herausforderungen wir glauben momentan, dass Sie stehen und welche Antworten wir darauf haben, warum SharePoint die Plattform ist, auf der Informationen am besten gemanagt werden können. Wir sind heute mit unserem Partner Konica Minolta hier draußen und wenn Sie das theoretisch gleich sehen, was wir Ihnen zeigen, können Sie auch praktisch erleben, wir haben den Gemeindeakt mit Konica Minolta umgesetzt, Sie können also live an unserem Stand draußen sich selbst ein Bild davon machen, wie Informationen in der Form gemanagt werden können und warum das als Plattform mit SharePoint funktioniert. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, denke ich mal, wenn Sie Herausforderungen von diesem Bild sich vielleicht adaptieren. In der heutigen Geschichte, in der heutigen Gesellschaft wird es immer schneller und ich glaube, dass die Teams besser arbeiten müssen und die Teams auch Werkzeuge haben müssen, die heute als Standard gelten und auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Plattformen verfügbar sind. Wenn Sie ganze Schlagworte hier sehen, sicherlich kennen Sie einige davon, ist absolut die Frage, wie wollen Sie alles das, was Sie an der Wand hier sehen, vereinheitlich und zu einer Informationsplattform bekommen, denn das ist alles heute schon da. Mein Vorredner hat vorhin erwähnt, die Daten werden in der Cloud gespeichert, benutzen Sie SharePoint, ähnlich andere Sachen. Das heißt, Sie kommen um diese Schlagworte, die Integration dieser Technologie kommen Sie in Ihren Unternehmen, in Ihren Bereichen einfach nicht drumherum. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie schafft man mit diesen ganzen Themen, die Sie hier sehen, in den Schlagwörtern, mehr sind sie ja auch nicht, wie schafft man da wirklich 100 Prozent unternehmensweites Dokumentmanagement? Das zeigen wir Ihnen ganz kurz mal und holen Sie kurz ab, was heute eigentlich die Trends sind. Es gibt vier globale Trends, davon zeige ich Ihnen drei, die uns auch in Deutschland, Österreich und Schweiz beschäftigen. Cloud, Mobile und soziales Computing. Wir werden es überall wahrscheinlich gerade haben. Ich habe hinten gesessen, gerade da sehe ich einige Leute logischerweise, während man hier zuhört, auch ihre Informationen checken und prüfen. Man ist permanent online, man ist permanent auch in der Cloud und man ist sozusagen am Twittern und am Facebook und am Jammern und so weiter. Das heißt, unsere Gesellschaft verändert sich rasant momentan und die Cloud, die in den deutschsprachigen Räumen in Ländern keine so große Rolle spielt, ist in den USA quasi vorhanden. Unsere Gesellschaft in den USA, wenn wir dort mit Kunden reden, dort sind 60 Prozent aller Unternehmensdaten mittlerweile in der Cloud gespeichert, komplett egal, wo die liegen. Zahlen aus Deutschland, die wir aktuell kennen und Österreich gehen in Richtung fünf bis sieben Prozent, wenn überhaupt. Und das ist die Trends und wie schaut es in der Branche aus? Die Bilder kennen Sie bestimmt auch. Es gibt eine Menge Akten, ganz schön viele Archive und unglaublich viele E-Mails. Ich glaube, die Kommunikation geht heute fast über E-Mail. Alle Anhänger dran kloppen, wegschicken, 30, 40, 50 Leute, 4, 5, 6, 7 Verteiler. Man speichert die wichtigsten Infos im Outlook ab und das ist, glaube ich, momentan das, was wir nicht mehr sehen, dass das Produktivität bringen könnte für die einzelnen Teams. Das muss man einfach abschaffen. Die Archive zusammenbringen, die Akten zusammenbringen und ich glaube, das wird dann ganz schön viel an Geschwindigkeit bringen. Und wenn Sie sehen heute, dass wir alle Wissensarbeiter sind heute, wir haben überall irgendein Gerät bei uns, entweder ein Smartphone oder ein Notebook oder ein PC, man ist überall mehr oder weniger connected und man hat die ganzen dezentralen Aufgaben. Wir selber haben 450 Mitarbeiter und sind in 17 Standorten organisiert. Wir können gar nicht mehr an einem Standort die Informationen ablegen. Wir müssen also quasi überall empfangbar sein. Und das heißt für uns, dass die Daten auch permanent steigen und Sie werden sicherlich auch das kennen, man sucht heute und findet kaum etwas Richtiges. Und wir wollen eigentlich heute Ihnen zeigen, wie Sie statt Suchen bewusst auch was finden und aus den großen Datenmengen die gezielte Informationen herausbekommen. Und, das ist auch nichts Neues, denke ich, werden Sie auch wissen, es gibt noch weniger Zeit für mehr Arbeit. Und das ganze Thema, es wird richtig schwierig werden, wenn man es nicht organisiert. Und wir glauben, dass diese Antworten, die hier stehen, nicht die richtigen sind. Weder Dropbox noch Box.com sind alles tolle Systeme, die Sie hier sehen. Allein Dropbox hat mittlerweile 450 Millionen User. Box.com ist aus den USA, ist ganz neu. Die Trends gehen dahin, dass Wissensarbeiter ihre Informationen, wenn sie ihr Outlook-Postfach voll haben, nicht mehr im Outlook ablegen, sondern in eine Dropbox ablegen und ihren Kollegen Infos schicken, damit man die Informationen teilen und abarbeiten kann. Das heißt, die gesamte Kontrolle aller Informationen geht außerhalb Ihres Kontrollbereiches hinaus. Sie haben da keine Chance mehr. SkyDrive heißt OneDrive und Google gibt es auch und Evernote auch. Das heißt, Sie haben mehrere Möglichkeiten, wie Sie als User, wenn Ihr Unternehmen Ihnen das nicht anbietet, Ihre Informationen scheren und scheren werden. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, lange Zeit glaubt man, dass Dropbox im mittleren Management benutzt wurde. Ganz im Gegenteil, fast ausschließlich im hohen Management mit Dropbox benutzt werden sensible Daten abgelegt, um am Wochenende oder nach Feierabend mit Kollegen aus dem Geschäftsführerbereich oder Vorstand Informationen auszutauschen. Also wir glauben, dass diese Werkzeuge, die Sie hier sehen, für unternehmensweites Dokumentmanagement nicht die richtigen sind. Und wenn wir jetzt hier über SharePoint reden, dann können Sie es auch abnehmen. Wir sind nicht von Microsoft, verkaufen auch kein SharePoint, aber wir finden SharePoint als eine der besten Lösungen, um gemeinsam zu arbeiten, weil Sie mehrere Sachen vereint bekommen hier. Sie haben das Portal, Sie haben Reporting-Möglichkeiten, Sie haben das Thema der gemeinsamen Arbeit und Sie haben eine sehr, sehr effektive Suche, die Ihnen Dokumente und Informationen besser an die Hand gibt, als eine reine unternehmensweite Suche über Laufwerke, Verzeichnis, Marketing und so weiter. Und das glauben wir trotzdem, wenn einige Sachen vielleicht fehlen sollten im SharePoint, glauben wir trotzdem, dass SharePoint die Basis ist, auf der wir aufgebaut haben und deswegen zeigen wir Ihnen, warum wir das Thema Enterprise Content Management, also unternehmensweites unternehmensweites Dokumentmanagement mit SharePoint als Plattform ganz wichtig empfinden. Das sind so die zehn Schlagworte, die Sie sehen für unseren Kunden. Wir haben derzeit etwas mehr als 5000 Kunden in dem gesamten Unternehmensbereich von unseren Produkten und davon sind zehn Prozent, also 500, arbeiten ausschließlich auf Basis von SharePoint, aber deutlich stärker wachsend. Unser SharePoint-Markt wächst pro Jahr um 100 Prozent, der normale ECM-Markt, von dem wir normal reden, wächst um 6 Prozent. Zehn wichtigste Gründe, die unsere Kunden gesagt haben, warum SharePoint das Wichtigste wäre in dem Bereich. Es muss einfach sein, es ist das Standard vorhanden, es ist innerhalb von SharePoint abzudeckt, das ganze Thema, es muss archivieren und vor allen Dingen müssen wir schnell finden können. Die weiteren fünf sind auch nicht überraschend. Es muss integriert sein, es nützt Ihnen nicht eine weitere Insellösung, die Sie aufsetzen, wo Sie Ihre Benutzer extra steuern müssen, welche Berechtigung Sie haben. Es muss strukturiert sein, Sie brauchen also, was Sie da draußen sehen können, Sie können den Gemeindeakt strukturiert sehen. Der ist auch schon vorbereitet für Sie, Sie müssen sich neu einspielen, der ist einfach da. Es muss schnell und effektiv sein und vor allen Dingen muss es aus einer Hand sein. Deswegen haben wir uns für SharePoint entschieden vor ein bisschen mehr als vier Jahren. Wir haben unsere Software komplett auf Basis von SharePoint entwickelt. Und das ist für uns auch kein großes Loch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir die richtigen Puzzlesteine zusammengepackt haben und daraus eine saubere Lösung gebaut haben. Das heißt für uns und für Sie, wenn Sie das benutzen, Sie haben 100% Benutzerfreundlichkeit. Sie können von jedem Endgerät aus Ihre Daten immer gleich angucken, egal was für ein Endgerät. Das ist im Web. Das Ding ist tatsächlich geräteunabhängig. Es ist mittlerweile so schlau, dass auch die Größe angepasst wird. Wenn Sie auf einem kleinen Smartphone arbeiten, nützt es Ihnen nichts, ein Riesendokument zu bearbeiten, werden Sie nichts darauf erkennen. Das heißt, man muss den Benutzer erkennen, worauf er gerade mit dem System arbeitet und den optimalen Informationen freigeben. Ich kann hingegen sehr einfach meine Workflow-Schritte, zum Beispiel Rechnungsfreigabe, kann ich heute von Ihnen aus erledigen, indem ich sage, ja Rechnung freigebe, ja Rechnung nicht freigeben oder prüfen. Das mache ich mit zwei Klicks und dann wird es weitergegeben werden. Ich muss mich nicht irgendwie einloggen. Das Ganze hat eine durchgängige Oberfläche. Das ist auch extrem wichtig. In den ganzen Produkten, die wir anbieten, haben zwölf verschiedene Lösungen. Es macht keinen Sinn, Sie zu überfordern, jede Lösung neu zu lernen. Wenn Sie sich mit dem Produkt einmal gearbeitet haben, dann brauchen Sie eine Stunde bis zwei dafür und Sie werden sehen, dass die anderen Sachen auch relativ einfach verstanden werden. Und wir integrieren Office komplett. Das heißt, Sie haben Office-Integration. Auf der rechten Seite haben Sie ein Tool, womit Sie aus Outlook direkt Dokumente ablegen können, ohne das Produkt zu verlassen. Und Sie können aus Word auch genauso ein Dokument suchen und finden, als wenn Sie aus unserem System machen würden. Und wir integrieren auch das ganze Thema soziale Netzwerke, was Sie vorhin gehört haben. Gemma, das ist also ein Produkt aus USA, wurde von Microsoft gekauft. Das nutzen wir intern auch. Kommt immer mehr, um soziale Kommunikation in Unternehmen herzustellen. Nicht Facebook, sondern wirklich unternehmensweite Kommunikation, wo der sogenannte Datenstrom der Kommunikation bei uns auch aus Gemma-Strom mitgeführt wird. Das heißt, das praktische Beispiel für Sie, weil Gemma ist so ein hohles Wort in Anführungszeichen. Unsere Mitarbeiter aus dem Service nutzen Gemma heute mehr als ihre Outlook-Postfecher, mehr als E-Mails und SMS. Sie sitzen bei verschiedenen Kunden draußen mit verschiedenen Partnern und unterhalten sich bei bestimmten Themen über Gemma und fragen Kollegen nach und bekommen Rat über Gemma wieder zurück. Das heißt, die ganze Kommunikation wird dann sozusagen mit gestreamt und anschließend von dem nächsten Mitarbeiter darauf untersucht, ob die Informationen auch wertvoll sind für andere Personen. Dann werden die einfach verteilt. Das heißt, der ganze Strom ist nicht mehr einseitig, ich schicke Ihnen eine E-Mail, Sie antworten mit Ihrer E-Mail, sondern der ganze Datenstrom ist für die Anzahl der Mitarbeiter, die Sie freigeben, sichtbar. Das heißt, auch andere Leute können das sehen, was die bei den technischen Kollegen dort für Lösungsthemen erarbeitet haben. Das heißt, soziale Netzwerke sind wichtig zu integrieren, aber wir finden, die sollten auch in einem bestimmten Kontext integriert werden. Sicherheit ist das Hauptthema bei unseren Kunden und zwar, wenn Sie SharePoint installiert haben, dann gehen Sie davon aus, dass es eine Nummer eins Plattform ist und Sie werden sicherlich SharePoint im Unternehmen haben. Heute gibt es 140 Millionen User für SharePoint weltweit. Wächst extrem stark. Die Zahlen in Österreich, 50 Prozent der Unternehmen haben SharePoint installiert, nutzen es aber nicht im richtigen Kontext oder nur für Web oder für ähnliche andere Themen. Und wenn Sie sehen, was man da drauf packen könnte, dann wäre das schon eine relativ schnelle Umsetzungsmöglichkeit. Das ist schlichtweg Standard. Es gibt neben dem Portal SharePoint kaum andere Systeme, die so etwas Ähnliches anbieten. Und es spart Ihnen Zeit, weil die ganzen Workflows, also Prozesse, die wir definiert haben, laufen im einheitlichen Outfit ab und werden dann relativ schnell abgearbeitet werden können. Und Sie werden, wie Sie vorhin gesehen haben, wenn Sie überall integriert arbeiten können, ist es keine Insellösung. Ich gebe Ihnen fünf Gründe mit, warum Sie vielleicht das Thema Expand und SharePoint nach der Konferenz ein bisschen tiefer anschauen sollten. Nummer eins, es ist als Basis vorhanden. Das bedeutet für uns, wir nutzen diese ganzen Themen, die Sie hier sehen, wie Dokumente einscannen, verarbeiten, nutzen wir keinen DMS-Server, wir benutzen SharePoint. Das heißt für Sie, Ihre Mitarbeiter, die einmal im System installiert sind, brauchen keine zweite Berechtigungsstufe mehr einzugeben. Also mein Benutzer-Account, Joseph Gemery und meine Rechte, die ich habe, die im SharePoint hinterlegt sind, kann ich auch für die anderen Sachen benutzen. Und damit brauche ich keinen Zweitmitarbeiter anzulegen. Die ganze Installation, die ganze Infrastruktur läuft also im Standard SharePoint ab. Damit haben Sie die gesamte Architektur überblick dabei und haben die zentrale Infrastruktur mit dem speichelnden Daten in einem System und müssen Ihre Mitarbeiter, die im Bereich der IT beschäftigt sind, nicht ein zweites System dazulernen und Sie haben, wie ich vorhin sagte, keine Insellösung. Die nahtlose Integration in Office ist extrem wichtig. Sie wollen nicht Ihr System verlassen, um ein Dokument zu finden. Wir haben das auch soweit integriert, dass Sie auch aus Ihrem typischen ERP-System SAP, NRV oder AX einfach in der Kundenakte stehen und Sie können ein Dokument automatisch aus SAP heraus, ein Dokument in unserem Expand-Bereich angucken, indem Sie einfach Doppelklick drauf machen und Sie gelangen aus SAP heraus oder Dynamics Navision oder aus anderen Systemen, gelangen Sie direkt in die SharePoint-Bibliothek von Expand und sehen das Dokument inklusive der Vertragsakte. Das heißt, Sie haben einen ganz anderen Überblick darüber, wie dieser Kunde strukturiert ist oder wie die Informationen strukturiert sind, als wir sie momentan in dem Bereich nur mit einem ECM-System hätten. Die logische Struktur ist unserer Ansicht nach der Kernpunkt und das haben wir auch umgesetzt mit dem Gemeindeakt. Das heißt, Sie bekommen hier vorgefertigte Aktenstrukturen für verschiedene Unternehmen. Wir haben es für bestimmte Branchen auch gemacht, wo Sie also ganz gezielt heraus Dokumente ablegen können. Das Dokument wird beim Einscannen erkannt und die richtige Akte im richtigen hierarchischen Bereich automatisch abgelegt. Das heißt, Sie müssen dort nicht überlegen, wo Sie es ablegen wollen. Die logische Struktur geht beim Suchen genauso und die Suche geht natürlich über die Struktur. Sie können einmal gezielt über den ganzen Datenstamm suchen nach einer bestimmten Nummer oder Sie können ganz gezielt sagen, ich möchte bitte alle Führerscheine sehen oder alle meine Rechnungen sehen in einem bestimmten Bereich. Da können Sie den User sehr, sehr effizient durch die Struktur, die er sowieso schon heute kennt, leiten. Er lernt also quasi nichts Neues in dem Bereich. Und Sie können das Ganze auch ansetzen im Aktenplanbereich und unsere Kunden sehen heute mehr Informationen auf einmal, als aus Ihrer jetzigen führenden Applikation nur bekommen. Und das heißt für uns, in dem integrierten Arbeiten soll und muss man auf Informationen zugreifen, die im Kontext zu Ihrem jetzigen Fall stehen. Ein paar Beispiele. Wir haben es umgesetzt für verschiedene Organisationen, auch für den Krankenhausbereich, auch für den Bereich kirchlichen Umfeld. Und ich glaube, das Wichtigste ist für Sie, wenn Sie Dokumente ablegen wollen, dass das relativ einfach geschieht und sich keine Gedanken machen müssen, wie Dokumente reinkommen. Also wir haben vorhin kurz erwähnt, Sie können beliebig von Ihrem Desktop einfach Dokumente veranlassen. Wir erkennen das automatisch und legen es in der richtigen Struktur ab. Sie können Dokumente natürlich über den Browser ablegen und Sie können auch einfach Dokumente einscannen. Was wir neu gemacht haben, ist ein Webscan. Das heißt, Sie können also Ihrem beliebigen Multifunktionsgerät, in dem Fall von Konica und Minolta, anschließen und können über Webscan, also über jede Web-Applikation, können Sie ein Dokument jederzeit im richtigen Aktenbereich zuscannen. Und das ist so, dass das Dokument in der Cloud verarbeitet wird, erkannt wird, also extrahiert, aber nur dort verarbeitet wird und zurückgeschoben wird zu Ihrem Arbeitsplatz und dort abgelegt wird. Die Intelligenz dieser Verarbeitung, der Klassifizierung haben wir in die Wolke gelegt und Sie können das mit mehreren Usern gleichzeitig benutzen. Das heißt für uns, dass Sie nicht also eine komplizierte Installation machen müssen am Arbeitsplatz, um Dokumente zu erkennen. Integration ist für uns extrem wichtig, dass es in Ihre führende Systeme integriert wird und nicht als Connector gesät. Wir haben keinen Connector gebaut. Wir haben nicht ein Produkt, in dem wir SharePoint anschließen, sondern wir sind wirklich mitten in dem System drin. Und wir haben vor zwei Wochen die CeBIT in Hannover gehabt und dort haben wir unsere neuen Systeme gezeigt, wie wir integriert aus den Applikationen rauskommen können und das war für unsere Bestandskunden eines der wichtigsten Punkte, dass Ihre Mitarbeiter nicht ein System verlassen müssen, egal wo Sie herkommen. Das Ganze ist logischerweise im Web und Cloud fähig. Also Sie können das Produkt auch aus dem Web starten und damit arbeiten oder auch Ihre Dienste in der Cloud nutzen und die Archivierung auch dort ablegen. Und natürlich revisionssicher archivieren. Wir haben alle Standards, die Sie benötigen, um Dokumente revisionssicher abzulegen und dass Sie dem Compliance-Bereich Ihren gesetzlichen Vorschriften nachkommen. Ja und wenn wir das alles sehen, was die vier Hauptgründe sind, dann werden Sie wahrscheinlich von den ganzen technischen Themen bei unserer Demonstration gar nichts mehr sehen. Aber wir haben die ganzen Demos mittlerweile auf zehn Minuten runtergebrochen und wir verkaufen nur noch über Lösungen ausschließlich. Der Kunde sieht von der Technik im Hintergrund überhaupt nichts mehr. Es muss da sein, vorhanden sein, funktionieren, aber der Treiber für diese Themen sind diese Punkte, die Sie sehen. Fast alle unsere Kunden verwalten Verträge digital, also mit unseren Produkten. Sie haben wahrscheinlich ein Vertragsmanagement, egal in welcher Form auch immer. Und das ist das Einfachste, das umzusetzen, dass Sie digital verwalten, Fristen, einzelne Bereiche, verschiedene Kosten in dem Bereich, die Sie haben, um ein paar Sachen nur zu nennen, können Sie mit dem Produkt relativ einfach umsetzen und Sie haben Ihre Verträge digital in der Bearbeitung und verpassen in der Regel keine Frist mehr. Rechnungseingangsverarbeitung ist ein wichtiges Thema in dem Bereich Dokumente einscannen und verarbeiten. Qualitätsmanagement haben wir auch umgesetzt, also verschiedenen ISO-Standards, wo Sie also Ihren QM-Bereich relativ einfach mit unseren Produkten umsetzen können. Posteingang, das ist wirklich das Mythos schlechthin in unserer Branche. Mit SharePoint und mit unseren Produkten ist es extrem einfach, das umzusetzen. Das heißt, Sie bekommen wahrscheinlich heute auch noch Ihre Post per Papier, nehme ich mal an. Wer kriegt das denn digital? Wer kriegt dort eine Post, die Ihr im Unternehmen bekommt oder im Bereich, bekommt die digital von Ihnen? 1, 2, 3, 4, 5. So ist auch unsere Einschätzung. Posteingang ist aber momentan der einfachste Bereich, den Sie umsetzen können. Sie haben ein Postfach, Sie haben mal so einen SharePoint-Eintrag und Sie haben unsere Produkt. Dokumente werden gescannt und automatisch zu Ihnen gesendet. Wenn Sie bei Ihnen falsch ankommen, schicken Sie es einfach zurück und die weitere Bearbeitung erfolgt entweder digital. Es gibt auch Kunden, die machen es dann papiermäßig weiter und bearbeiten den Schritt mit Papier weiter und zum Schluss wird es eingescannt und dann dem Archiv zugeführt. Also Posteingang ist sicherlich die am häufigsten momentan diskutierte und auch die am meisten kostensparende Lösung. Und Case Management heißt auf Neudeutsch Vorgangsbearbeitung. Ihre Vorgänge, die Sie heute auch haben, setzen Sie in einem sogenannten Workflow-Schritt um und Sie haben digital eine Vorgangsbearbeitung, die verschiedene andere Sachen sozusagen mit ansprechen kann und auch Verträge behandeln kann, auch Rechnungen und andere Themen auch. Und im Bereich des Gemeindeaktes haben wir die gängigen Vorgänge abgelegt, die dafür notwendig sind, bestimmte Schritte nacheinander abzuarbeiten. Hier sehen Sie zwölf Lösungen von uns in dem Mittelpunkt, unser Produkt Expand und das ganze Wort auf SharePoint auf. Und unsere Kunden fangen meistens an mit Vertragsmanagement oder mit dem Posteingang und Sie können verschiedene Themen kombinieren, beliebig kombinieren. Diese Spinnengrafik, wie wir sie intern nennen, soll Ihnen nur zeigen, dass die Sachen verknüpft sind, dass Sie auch aus einem E-Mail heraus ein Dokument finden können, der als Vertrag abgelegt worden ist. Und die Brücke dazwischen ist das Produkt SharePoint mit unserem Erweiterung expand. Wenn Sie SharePoint einsetzen und unsere Tools, unsere Lösungen und Module draufsetzen, bekommen Sie neben einem Konzept eine zentrale Infrastruktur und bekommen komplett das, was Sie wollen und zwar nach Ihren Anforderungen. Und wir sind sicher, dass Sie innerhalb der kurzen Zeit anschauen können, was wir für Sie bieten könnten, ob die Lösungen passen, wenn Sie SharePoint als Plattform haben. Das ist die Voraussetzung dafür. Und das heißt für uns im Klartext, Integration, wirklich User zufriedenstellen, mal Spaß zu haben in dem Bereich und nichts zu suchen und nichts zu finden. Wir wollen die Lösungen nach Vordergrund stellen und wir wollen die Sicherheit in den gesamten Kontext keineswegs vernachlässigen. Wenn das alles passt, dann haben Sie eine Dreischichtgrafik, so wie Sie hier sind, haben die Datenhaltung 100% in SharePoint, haben die einzelnen Importschichten und die Lösungen, die Prozesse vereinheitlicht. Und das wird Ihnen ganz bestimmt nicht nur Effizienz bringen, sondern Ihre Mitarbeiter in einem bestimmten Umfeld auch zufrieden erstellen und Sie finden einfach Informationen besser wieder. Wir haben verschiedene Referenz-Stories gebaut. Sie können, wenn Sie möchten, mal so ein paar, so ein bisschen Blick dafür kriegen, wie das funktioniert. Wir haben bei der AKH Linz ein Projekt umgesetzt mit 1.200 User, wir haben Bergland Milch, ich glaube die heiße Scherdinger ganz genau. Dort haben wir die Personalakte umgesetzt, 1.200 User im Bereich SAP integriert, innerhalb von vier Wochen den ganzen Workflow umgesetzt, das Altarchiv migriert und da gibt es verschiedene andere Kunden, die man nehmen könnte, wo man als Beispiel hingeht und wir diskutieren gerade in einer Gemeinde, wie wir das einführen werden mit dem Gemeindeakt. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich mal einen Blick unter die Haube zu werfen. Wenn Sie die Zeit finden heute oder morgen, schauen Sie bei uns vorbei. Meine Kollegen sind da, helfen Ihnen wirklich sehr gerne, diese 10 Minuten Demos einmal auszutesten. Das braucht nicht länger. In 10 Minuten werden Sie wissen, was wir da für Sie machen können und haben dann bestimmt ein besseres Bild davon, warum wir glauben, dass Aktenpläne und Dokumente wirklich zusammengehören und das Ganze eigentlich für Sie eine richtige Verbesserung mit sich bringt und einfaches Hinzufügen von Dokumenten ohne Probleme funktionieren wird. Und ein paar Beispiele zu zeigen, wie man Verknüpfung herstellen kann hier. Das ist aber auf dem Bildschirm wahrscheinlich schwierig zu sehen. Können wir Ihnen draußen live zeigen, wenn Sie möchten. Und die Dokumente, letzten zwei Folien, da habe ich denke ich heute 20 Minuten, ganz gut ausgefüllt. Ich hoffe nicht zu schnell für Sie. Wenn Sie heute Dokumente ablegen und im SharePoint aus verschiedenen Bereichen, hier sehen Sie einen Scanner, dort oben links sehen Sie Microsoft Dynamics oder AX, dann gibt es dieses Zeichen für Office und Expand. Dokumente landen dann komplett in SharePoint, werden dann verwaltet und egal, was es für ein Dokument ist, wo es herkommt, Sie werden es in einer zentralen Struktur, wenn Sie die Berechtigung dafür haben, werden Sie es finden. Und es ist egal, von wo aus Sie kommen, ob Sie aus dem Outlook kommen oder ob Sie im Web stehen, ob Sie in Ihrer Applikation stehen, Sie werden den Zugriff ohne größere Barrieren und Hürden hinbekommen und werden mit Sicherheit mehr Spaß im Job haben. Hoffen wir zumindest. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Aufmerksamkeit. Danke. Musik Drs.